Verhöhnt der Bundeskanzler die Rentner? Kein Inflationsgeld für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte ja schon in einigen Videos zum Thema Inflationsausgleichsprämie für Rentner was gesagt und dass es die aktuell nicht geben wird. Und ich habe aber hierzu mal zwei ganz interessante E-Mails bekommen, wo sich die eine Rentnerin und der andere Rentner bitter beklagt und auch unter Verweis auf die Bürgerdialoge dort mal eingehen und ihre Meinung zu unserem Bundeskanzler Scholz zum Thema Rente sagen. Ich lese das jetzt einfach mal vor und Sie lassen sich das einfach mal auf sich wirken. Was Sie davon halten, können Sie uns ja dann in Ihren Kommentaren mal einfach mitteilen. Also lieber Herr Knöppel, gibt es hier noch mehr Äußerungen zu diesem Thema Inflationsprämie Rentnerinnen. Bundeskanzler Scholz hat sich bislang noch nicht zu diesem Forderung geäußert. Bei einem Bürgerdialog in Bendorf in Rheinland-Pfalz sprach er jetzt jedoch erstmals über die Thematik. Als man ihm die Frage stellte, musste der Kanzler jedoch lachen und antwortete, naja, rechnen Sie doch mal die Zahl der Millionen Rentner mal 3000 und dann setzen Sie sich ganz schön langsam hin. Da stellt sich der Bundeskanzler hin und lacht. Das ist doch wohl der Hammer. Ich fühle mich als Rentnerin inzwischen nicht nur in die hinterste Ecke gedrängt, sondern auch völlig verarscht von dieser Regierung. Das ist die erste Dame, die sich hier sozusagen dazu äußert und jetzt zu einem Rentner. Mehr lese ich auch mal vor, dass Sie das mal wissen, was da für eine Meinung ist. Also ich bin im Mai 80 Jahre alt geworden und bin doch sehr erschrocken, wie schnell aus einem stabil funktionierenden Staat ein solches Chaos an Unzulänglichkeiten, Inkompetenz und Verunsicherung und so weiter entstanden ist. Dazu gehört auch der sogenannte Inflationsausgleich. Ich habe 42 Jahre gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt. Meine Frau hat Kinder großgezogen und ist Hausfrau. Zusammen verfügen wir über eine Netto-Rente, müssen Sie sich mal überlegen, von 1800 Euro. Die Hausnebenkosten und das tägliche Brot ist dramatisch gestiegen. Wenn meine Frau einkaufen geht, sagt sie immer, was vor einiger Zeit 20 Euro an Lebensmittel gekostet hat, kostet jetzt fast das Doppelte. Inflation. Wir haben es schwer, mit der Rente recht zurechtzukommen, geschweige denn größere Anschaffung oder mal eine Reise machen. Das geht nicht mehr. Der Bundeskanzler und seine Regierung verteilen Inflationsausgleich nur an eine privilegierte Schicht. Völlig unbegreiflich. In Bürgerforen, wo besorgte Rentner den Kanzler fragen, was mit ihrer Unterstützung ist, verhöhnt der Kanzler den Fragenden und macht sich quasi über den so nötigen Inflationsausgleich für Rentner lustig. Es ist ein Skandal, wie mit einer Gruppe von Menschen umgegangen wird, die ihr Leben fleißig gearbeitet haben und ihre staatlichen Verpflichtungen immer erfüllt haben. Ich hoffe sehr, dass sie sich dafür stark machen, dass auch wir Rentner einen Inflationsausgleich bekommen. Für ihr Einwirken auf die Regierenden, die alle ein Eid geschworen haben zum Wohle des deutschen Volkes, bin ich ihnen außerordentlich dankbar und wünsche, dass die Rentner nicht vergessen werden. Ja, mein lieber Herr, ich werde den Namen nicht nennen. Hier in Ihrer Mail vom 4. September haben Sie es ja uns ganz klar und deutlich geschrieben, was Sie von dieser Bundesregierung halten, was Sie von unserem Kanzler halten. Und dass er praktisch die Menschen hier, die ihn gefragt haben, sozusagen letzten Endes verhöhnt. Vor allen Dingen unter dem Hintergrund, dass der Kanzler, die Ministerbeamte, pensionierte Beamte hier die Inflationsausgleichsprämie bekommen. Also ich kann nur eins sagen, meine Damen und Herren, ich finde es ein Riesenskandal, was hier abgeht, dass pensionierte Beamte, das Minister, das Bundestagsabgeordnete die Inflationsausgleichsprämie bekommen, aber die gesetzlichen Rentner nicht. Und zwar unter dem Hinweis, ja, nun seid doch mal ganz leise, liebe Rentner. Ja, ihr 21 Millionen, ihr habt doch schon die Rentenerhöhung bekommen. Dieselbe Argumentation hatten wir letztes Jahr von unter anderem von der Chefin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Gundula-Rosbach, als es um die Energiepreispauschale für Rentner ging, die ja im Juli 2022 auch noch gar nicht klar war. Also für Rentner gab es die damals noch nicht. Dann gab es ja einen Riesenaufschrei, da haben sie Gott sei Dank alle hier mitgemacht und haben richtig Druck gemacht. Und deswegen, und diese Dame, die hätte ich als Minister sofort entlassen, ja, die hat sich ja privat, also die hat sich in öffentlicher Funktion als Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Gundula-Rosbach gemeldet und hat gesagt, öh Leute, bleibt doch mal ganz locker, ihr habt doch schon eure Rentenerhöhung 2022 bekommen. Was wollt ihr eigentlich noch mehr? Was wollt ihr haben? Die 300 Euro Energiepreispauschale, da steht euch doch gar nicht zu. Also Klappe halten. Nein, meine Damen und Herren, so geht es nicht. Wir machen selbstverständlich unsere Klappe auf für alle 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und fordern Bundesregierung auf, zahlen sie einen Inflationsausgleich für unsere Rentner oder erhöhen sie zumindest ab 1. Januar 2024 einfach mal um 10% die Rente. Dann würde diese völlig absurde Diskussion hier in Deutschland aufhören und wir könnten hier sozusagen im Rahmen einer allgemeinen Generationengerechtigkeit auch dann dafür sorgen, dass Rentnerinnen und Rentner den Inflationsausgleich bekommen. Es müssen ja nicht 3.000 Euro sein, aber es könnten doch 1.000 Euro sein. Und das, meine Damen und Herren, das kann die Bundesregierung locker bezahlen. Geld ist ja genug in den Töpfen. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de und machen Sie bitte Druck bei Ihren Bundestagsabgeordneten und fordern Sie die auf, den Inflationsausgleich zu zahlen. Näheres, wie immer, auf rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel